Liebe Freundinnen und Freunde, wir verehren das Leben, die Islamofaschisten den Tod. Das haben wir heute wieder einmal gesehen. Ich möchte euch alle im Namen der kurdischen Gemeinde Deutschlands herzlich begrüßen und vor allem die solidarischen Grüße der deutsch-kurdischen Community überbringen. In Zeiten von steigendem Antisemitismus, in Zeiten von immer mehr No-Go-Areas für Juden in Europa und in Zeiten, wo die Politik bei uns immer mehr gegen den Antisemitismus versagt, möchte ich ausdrücklich im Namen der kurdischen Gemeinde Deutschlands sagen, dass unsere jüdischen Freundinnen und Freunde in Deutschland und auch in Israel nicht alleine sind. Wir stehen ohne Wenn und Aber auf eurer Seite. Gerade in schwierigen Zeiten, wenn Juden hier in Deutschland und Israel unsere Solidarität brauchen. Vor allem sind wir, liebe Freundinnen und Freunde, nicht nur an Gedenktagen an eurer Seite, sondern gerade dann, wenn jüdisches Leben bedroht oder angegriffen wird. Wir werden unsere Stimme erheben, wenn unsere Politik islamistischen Regimen den roten Teppich ausrollt, die Israel von der Landkarte löschen wollen. Alle fragen uns Kurden, warum wir denn so aktiv pro Israel seien. Zunächst einmal, Gesicht gegen Antisemitismus müssen in erster Linie die Nichtjuden zeigen. Juden haben wir, alle anderen Völker, das selbstverständliche Recht auf Existenz und das Recht auf eigenen Staat. Aber bei keinem anderen Volk wird das von Beginn der Zeit bis heute so infrage gestellt. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, was das angeht, kann kein anderes Volk das besser nachempfinden als das kurdische Volk, das ebenfalls bis heute im Nahen Osten um sein Recht auf Selbstbestimmung kämpfen muss und von der Weltgemeinschaft kläglich allein gelassen wird. Die ungelöste kurdische Frage zeigt auch, wie verlogen die internationale Gemeinschaft ist und mit welchen doppelten Standards sie im Nahen Osten vorgeht. Nur ein Beispiel. Die Türkei marschiert völkerrechtswidrig im kurdischen Afrin in Nordwesten Syriens ein, obwohl nicht eine einzige Rakete von dort aus in die Türkei abgefeuert worden ist. Deutschland schweigt, die EU schweigt, die UN schweigen, alle schweigen bis heute. Über 1000 Raketen wurden allein 2018 auf Israel abgefeuert. Aber Deutschland, die EU und die UN kritisieren pausenlos den Staat Israel, weil er seine Existenz verteidigt. Das ist beschämend. Einerseits ist Israel ein Schutzwand der westlichen Demokratien und verteidigt die Werte, die Europa sich so schwer erkämpft hat. Andererseits verpasst Europa Israel eine Ohrfeige nach dem anderen auf dem UN-Paket. Israel hat es geschafft, aus einem Stück Wüste mit 5000 Jahre alten Ruinen das Zentrum der Bioforschung, Digitalisierung, Technik und zu einem multiethnischen Staat zu machen mit Religionsfreiheit. Demokratie und Rechtsstaat. Was macht man nebenan in Gaza Steinschleudern und Feuerbälle bauen wie vor 5000 Jahren? Solange die Hamas die totale Vernichtung aller Juden und die Auslöschung Israels will, ist nicht Israel der Aggressor. Israel ist das einzige Land im Nahen Osten, wo man nicht verfolgt und ermordet wird, wenn man schwul ist. Wo die politische Opposition keine Angst um Leib und Leben haben muss. Wo Juden, Christen und Muslime gemeinsam bei den Sicherheitskräften in den höchsten Gerichten, in Schulen und im Parlament zusammenarbeiten. Wo Religions-, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit herrschen. Wo emanzipierte Frauen alle Religionen kritisieren dürfen und heiraten dürfen, wen sie wollen. Wo auf den Straßen Demonstrationen gegen die Regierung und schwule Paraden stattfinden dürfen. Wo Araber, Israelis, Juden und Muslime die israelische Ausgabe von der Voice gewinnen. Wo Tausende offen für den Frieden demonstrieren, ohne dass sie dabei laut Tod den Feinden skandieren. Israel ist die einzige Demokratie inmitten von Unrechtsregimen, eine Oase der Freiheit in einer feindlichen Umgebung. Schon alleine deswegen darf Israel niemals fallen. Denn mit ihr würde die Freiheit und Demokratie fallen. Und für alle naiven, unwissenden, für alle, die diesen Konflikt nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Ich bin ein Mann klarer Worte. Wenn die Araber die Waffen niederlegen, gibt es Frieden. Wenn Israel die Waffen niederlegt, verschwindet es von der Weltkarte. So simpel ist die Wahrheit, liebe Freundinnen und Freunde. Die Heuchelei der deutschen Politik, an Gedenktagen von Staatsräson zu sprechen. Aber wenn es in der Praxis darauf ankommt, Israel allein zu lassen, ist für mich als deutschen Staatsbürger nicht hinnehmbar. Deswegen bin ich auch heute hier. Es ist unerträglich zu wissen, dass meine Regierung und mein Staat Geschäft mit dem Mullah-Regime in Iran macht, der regelmäßig zur Vernichtung Israels aufruft. Iran will die Bombe, um Israel auszulöschen. Und Deutschland stellt sich in dieser Situation nicht an die Seite Israels, sondern gegen Sanktionen gegen den Iran. Das zeigt mir, dass Deutschland doch keine endgültigen Lehren aus dem Holocaust gezogen hat. Wenn ein Land ohne Wenn und Aber in dieser Frage heute an der Seite Israel stehen muss, dann ist es Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind heute auch versammelt, um Flagge zu zeigen gegen Islamismus und Tromophobie, gegen Antisemitismus. Ich wundere mich nur, wo die vielen deutschen Antirassisten sind und wo unsere Freunde von der Wir sind mehr Fraktionen heute sind, die sonst ständig bei jeder Debatte um Migration im Islam sofort die Rassismuskeule schwingen. Aber wenn es heute darum geht, gegen Antisemitismus und Islamismus-Lage zu zeigen, die von der Erdoberfläche verspunden sind, Wer gegen Rechtspopulisten der AfD und andere deutsche Rechtsradikale aufsteht, muss erst recht heute gegen die Islamfaschisten der Hamas und die Isfola-Flagge zeigen, liebe Freundinnen und Freunde. Wer sich in Deutschland mit Rechten solidarisiert, zusammenarbeitet oder sogar mit ihnen nur redet, stellt sich außerhalb des demokratischen Wertekonsens. Das gilt aber nur im Falle der auch tochtonen Deutschen. Denn die deutsche Politik, die Kirchen und Zivilgesellschaft reden, tagtäglich ohne Einschränkungen mit rechtsradikalen Migranten und Islamisten. Weder Politik oder Kirchen noch die Zivilgesellschaft haben damit Probleme, mit nationalislamistischen Verbänden bei der deutschen Islamkonferenz, bei interreligiösen Dialogforen oder Kulturfesten zusammenzukommen. Nicht mal linke Parteien haben Probleme, nationalislamistische Verbände auf ihren Parteitagen oder Fraktionssitzungen reden zu lassen. Warum diese doppelten Standards eigentlich? Bestes Beispiel ist seit Jahren der kritiklose Umgang mit dem Zentralrat der Muslime. Ein Zentralrat, in dem nachweislich legalistisch islamistische Akteure in Spitzenposition agieren. Zu den ZMD-Mitgliedern gehören. Islamische Gemeinschaft in Deutschland, die von Teheran aus dirigiert wird. Atip, türkische, rechtsradikale, graue Wölfe, die in der Vergangenheit für etliche Massaker an Demokratinnen und Demokraten verantwortlich sind. Experten von Wissenschaft und Politik bezeichnen den Zentralrat der Muslime als gemeinsames Projekt von in Deutschland im Exil befindlichen Teilen der syrischen und ägyptischen Muslimbruderschaft. An Gedanktagen erinnern wir uns den toten Juden. Aber nehmen sonst hin, dass eine Organisation wie der EZH in Hamburg, die aus einem Staat wie Iran, der den Staat Israel von der Landkarte löschen will, dirigiert wird. Und Rot-Grün macht mit diesen Verbänden Staatsverträge. Ja, wo sind wir denn? Da müssen doch alle Demokraten aufstehen. Alle Demokraten in Deutschland verlangen, dass Migranten alle politischen Rechte bekommen sollen. Aber man darf von ihnen anscheinend nicht dieselben demokratischen Standards einfordern oder bei ihnen dieselben demokratischen Maßstäbe anlegen. Diese Verlogenheit und Heuchelei finde ich in Deutschland mittlerweile mehr als unerträglich. Es ist an der Zeit, jede Zusammenarbeit mit Vertretern des politischen Islam in Deutschland zu beenden, liebe Freundinnen und Freunde. Der politische Islam ist eine zutiefst rechtsextremistische Ideologie. Und ich erwarte von unserer Politik, dass auch die Islamisten in diesem Land als auch Rechtsextremisten behandelt werden. Wir appellieren an die deutsche Politik, nur noch Organisationen und Akteure als Gesprächspartner zu akzeptieren und zu unterstützen, die für ein freiheitlich demokratisches Grundverständnis des Islams stehen. Diese sollten wir deutlich mehr fördern als bisher. Im Februar hat Bundestagspräsident Schäuble bei der Buchfeststellung der politischen Islam gehört nicht in Deutschland folgendes gesagt. Hinnehmen muss und darf der freiheitliche Staat nicht alles, nicht alles, was ein Glaube fordert, darf unter dem Grundgesetz auch verwirklicht werden. Das ist das Entscheidende. Allerdings, säkularitätsrelevante Streitthemen wie Kopftiefer vor Gericht, getrenntes Geschlechterschwemmen in der Schule, Kreuze in Klassen und Amtstuben sind Konfliktfelder, die jeweils neu auszuhandelt seien in der gesellschaftlichen Praxis, durch Rechtsprechung und durch den Gesetzgeber. So Schäuble. So blieb die Rede noch viel zu ambivalent und politisch deutlich und parlamentarische, allgemeingesellschaftliche Anschlussfähigkeit nach allen Seiten bemüht. Ich möchte Herrn Schäuble antworten, wenn es um unsere Freiheit und Demokratie, wenn es um die Gleichberechtigung der Frau und um Antisemitismus geht, gibt es nichts zu verhandeln. Es gibt unverhandelbare Werte. Dazu gehört für Deutschland auch die Verteidigung des Existenzrechts des Staates Israel. Wer dies nicht akzeptiert, hat sich das falsche Land ausgesucht. So klar muss das sein, wenn wir nicht gegen den politischen Islam verlieren wollen. Auch für diese Klarheit stehen wir heute zusammen. Ich möchte meine Rede mit einem Zitat von Schiller beenden. Der Menschenwürde ist in eurer Hand gegeben. Bewahret sie. Sie singt mit euch. Mit euch wird sie sich heben. Und die Menschenwürde von allen Menschen werden wir als kurdische Gemeinde Deutschland immer und überall verteidigen. Shalom Israel!